ich habe wohl zu früh gesprochen zu vorher nicht nicht gewesen schon wieder jeder gefällig so und auf dem weg werden da lässt schatz auftauchen aber ich würde ich raten die erstmal nicht zu holen kann sich nicht bewegen weil er nicht zwei zentimeter über eine lücke gehen kann so der beste weg würde ich sagen die außen rum unten sich toll 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 der beste weg ist außen rum und nicht raus springt guckt euch das ja wohl will nicht rüber laufen man dann hüpft der lieber von gelände zu geländer kümmert euch nicht um die hat vielleicht um den dahinten der raketenwerfer ist nervig aber das hier so zerrissen wird von den kugeln das ist nicht so wild einfach hier schön vorbeilaufen so jetzt haben wir einen großteil hier überlebt schnell hier rüber das hat wenig sinn wenn ich jetzt sterbe komm schon nicht sterben nicht stemm ko töte sie töte sie muss mich muss mich unbedingt da hat er mich doch getroffen okay jetzt bin ich wirklich tot mache das anders ja das ist ein zeit limit wenn ihr euch wenn ihr zu viel zeit lässt und sterbt er aber ich habe keine wahl ich habe keine wahl das dauert doch so lange sie noch mal blutfleck holt kohl häng dich gefälligst ran er sterben 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 ach jetzt darf ich anfangen und guckt euch mal die karte an wie klar sie geworden ist kein gegner ich glaube das ist meine strategie krepiert so oft es geht na wo bist du du kannst fliegen fliege fliege und sieg ich wollte eigentlich als ich hier war hier die energie absaugen und nicht hier so blöd rumspringen das hier und schon kohle auch kleines stück du bist wirklich lächerlich von von hier kann er hoch springen okay okay da war noch ein bläst statt aber den werde ich nicht holen weil da muss ich den ganzen weg wieder laufen und darauf habe ich wirklich keine lust was die hell war ihr hier ich war nur versucht zu helfen, Mann ich wollte rein und sehen, was die Trashbagger sind bist du verrückt? du bist glücklich, dass sie dich nicht töten was sagst du? der alte Zeke muss zurück zu seinem Ruf gehen und einfach chillen du bist glücklich, dass er nur gut für ein Lachen und eine Bier aber wenn es Go-Time ist, dann ist er nicht wert ist das, was du sagst, kohle? das ist kein Spiel, Zeke das sagen sie in so vielen Spielen das ist kein Spiel aber nur weil du Kraft hast, dann machst du besser als alle anderen nicht mit einem langen Schuss aber ich bin noch immer kein Infamous noch eine Mission Transformant Spy Drones ich mach Spy Drones, da es eh näher dran ist und 500er Pounds kommt die die dafür da ist jemand gerade umgekippt rechts an der Tür und hier Ok Aua Ok, ich habe es gefunden Und jetzt? Das ist wirklich lustig was jetzt kommt, also mir gefällt das, da sind die Dinger, die müssen einfach abknallen, aber auch treffen Wow, dreimal verfehlt und zweimal getroffen, aber hat die nicht gejuckt War klar, war klar Hä? Da hinten ist er Ich brauch mehr Power Das blöde ist, die hauen dann auch manchmal ab Aber die kommen auch wieder Aber machen wir euch nie wann Immer schön auf die Karte achten, man kann immer schön hier das öffnen Um zu sehen, wo die sich befindet, da hinten Getroffen Ich frage es, wo landet der Schrott Wow Zum Glück bin ich vom Haus runtergesprungen Er entfernt euch so schnell es geht von dem Teil, weil so wie Moria das gerade sagte, das Ding fliegt irgendwann in die Luft Und falls ihr ein bisschen zu viel Zeit gebraucht habt, könnte es sein Das ist vor euch, vor eurer Nase in die Luft fliegt, da geht ja gar nicht Das brennt doch erst jetzt Also vergisst das, was ich gesagt habe, weil ich ja jetzt erst einen Blastshot da hinten sehe Der wird hoffentlich meinen Kopf erstmal reinigen Das ist ein ganzes Blödsinn, den ich hier labere Lass mal sehen Die Karte sagt, da ist eine Epp, 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 epp Vier Schuss Das ist schwach Naja, fast Uh Noch drei Diese Orte, wo die Dinger fallen, sind Immer zufällig Wenn ihr Pech habt und das Ding landet in dem Wasser Dann weiß ich auch nicht weiter Dann könnt ihr, glaube ich, hier Abandon Mission sagen Ich will, du zuhörig zu etwas, Cole Bitte Nicht mehr Ich werde alles, was du willst Real tough guy, nicht wahr? Auf der anderen Seite Ich bin weak, ziemlich weak, in fact Das ist warum du musst lernen, diese Lehre Und lernen, es gut Jeder hat ihren Punkt zu brechen Du, ich Auch die liebe, sache Sasha Was separates die stark von die weak ist die Möglichkeit, die zu nehmen Hell, die zu nehmen Oh, das meine ich Das Ding ist mir fast ins Gesicht geflogen Das ist schon der zweite, der so nah an mir dran war Das war der, der am nächsten an mir dran war Oh, ich brauche erstmal eine Aufladestation Cole, geht's nicht gut Oh Einschlag Und sein Style hat sich auch geändert Der ist jetzt komplett blass Wie ein Zombie Aber was noch besser ist Ich kann endlich meine Kräfte erweitern Shockwave Was passiert mit 12.000? Sadistic Strike Headshots Automatically Triggers An Electric Explosion Das mache ich jetzt ganz schön ein bisschen nicht Shockwave? Nein Was ist denn, wobei im Shockwave Objects caught in the core blast gets electrified Increased blast force and range Car set in blast electric Oh, oh, oh Shock grenade Hammer Grenade, Hammer Grenade, Hammer Beide haben das Dasselbe Sie verteilen sich auf mehreren Kleinen Aus denen werden mehrere kleine Bomben Megawatt, Hammer Das ist das Teurere Und damit habe ich viel mehr Spaß Endlich bin ich ein Infamous Das passt auch wenigstens jetzt zum Spiel Was kommt Was war das? Lass mal sehen, wo steckst du? Hallo? Hä? Ich sehe da ein Blass schaffen Der ist nicht viel wichtiger Ach, da hinten müssen Oh, das Pad vibriert Das heißt, noch einen Wo steckst du? Ach, der fliegt tief Na komm her Nein Du stirbst Ach, doch nicht Nichts Nichts zum Saugen Nichts zum Saugen Doch hier Noch so ein Wo ist der Tiefflieger? Da ist er Na, na, na Oh Er wollte mich wieder treffen Das passt mir perfekt in den Kram Aufgeladen Bremst Oh, Blastshot Blastshot Oder Mülleimer Mülleimer Oh Ich weiß nicht Ich hab keine Nicht mehr so gute Erinnerungen Aber wenn ihr Dann müsst ihr einen Satellitenauflink finden Es sollte einer auf dem Rücken des alten Coleridge-Bildes Hoffentlich funktioniert es Ja, okay Wenn ihr Das gute Karma von Cole erlernt Der hat ja auch drei Stufen Und dann weiß ich nicht, wie das ist Ob sich da auch sein Outfit ändert Keine Ahnung mehr Aber beim Bösen Seht ihr ja Das funktioniert Meinetwegen, wenn man will Kann ich ja auch irgendwann mal Das gute Karma von Hier in Infamous spielen Oh Ach ja Ja, ich seh nichts Jetzt zeigt sie mir seine Waffe Ich hab nichts mehr Das ist zu wenig Ich brauch mehr Mehr Juice Mehr Juice Mehr Juice Mehr Juice Noch mehr Das snipe ich erstmal alle von hier Mit dem letzten Krümel noch erlicht Oh, war das gerade eine Granat Die sind alle hier unten Das ist das Blöde Wenn man sich um die da hinten kümmert Tauchen sie schon alle hier vorne auf Aber das ist mir egal Die Typen können nicht klettern Ich kann es Oh, Raketenwerfer Behalte die mal Oh Mann Na wo seid ihr Da seid ihr Was macht so fun Mit der Waffe hier Um zu albern Okay Okay, das reicht mir dem Mal rum albern Lass mal erstmal rüber Wird ganz bestimmt nicht hier rauf klettern Die Dinger sind Cole ist irgendwie nicht in der Lage Die Leiter hier Bei der Feuertreppe Jo, ist komm Endlich Jetzt picke ich sie alle Einer Wo bist du, wo bist du Hä? Ach da Ach so, das sind die kleinen Köter Ist mir auch egal Deaddrop, 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 deaddrop Das Hallo Noch mehr Evel Was ist das nächste Standardprotokoll Okay, kein Problem Wenn es Standard ist Dann kann es ja nicht so So schwer sein Die Frage ist Auf welches Haus Auf das da Ja, ja Ihr dachtet alle Ich fliege wohl nach rechts Nee, nee, nee Ich spiele nicht nach euren Regeln Ich spiele nach meinen Regeln Und Na los Ja, das ist sehr schön Das ist sehr schön Das war sehr viel Cole Ganz schön weit weg Auf der Karte sah es gar nicht so weit weg aus Na los Ey, die Polizeistation habe ich doch hier zerkleinert Ich suche die wieder hier neu aufgebaut Menno, das ist zu weit weg Ja, das ist sehr schön Ach, da ist es Und lass mich猜 Ja, das ist sehr schön Ja, das ist sehr schön Ja, das ist sehr schön Boah, wie ich der eine so klatschen will Ginno, das ist sehr schön Alice Hm, ja, das ist kein Problem In Sie schon Nein Hat sie nicht so Wir sind hier Ulter Wir sind Birke, das ist Baut Das ist Die anderen haben sich hier oben versteckt, oder? Oh, das war ein Raketen-Elfer-Typ. Und... Ey, 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 ey. Ich höre einen Dead-Drop. Oh, das hat sehr gut getan, dieser Tritt. Dieser Tritt war göttlich. Wo ist der Dead-Drop? Ich höre ihn, der muss dann irgendwo hier sein. Ja, der ist irgendwo da unten. Ihr wollt auch ein bisschen kein Problem. Alle tot? Nein, da ist noch einer. Der wartet ganz, ganz in Ruhe. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ah, wo ist der Dead-Drop? Ach, da ist der. Hat sich sehr gut versteckt. Ja, wo ist denn die? Ach, da.